Hallo, mein Name ist Thomas Künzel. Ich bin seit April diesen Jahres hier für den Verkauf zuständig. Mein Name ist Marcel Richter und ich bin in Ihrem Auto aus Muldental für das Jahr verantwortlich. Mein Name ist Kai Wimberger, Automobilverkäufer im Auto aus Muldental. Auch wir als Ansprechpartner hier in der Region für Volkswagen und Audi wollen natürlich unseren Beitrag zur Konjunktur leisten und haben für Sie tolle Angebote im Verkauf und auch in der Werkstatt. Wir bieten Ihnen bei Kauf eines Fahrzeuges aus unserem Bestand eine 0% Finanzierung inklusive Ratenschutzversicherung oder einem Preisvorteil von bis zu 4.000 Euro. Kein passendes Fahrzeug bei uns gefunden? Für uns überhaupt kein Problem. Wir können Ihnen fast jedes gebrauchte Neu- oder Jahresfahrzeug aller Marken und aller Typen schaffen und das natürlich zu tollen Konditionen. Des Weiteren haben wir auch zwei Aktionen im Service. Zum einen ist es die Aktion TÜV und die Aktion Klima. Aktion TÜV bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, bei uns die Hauptuntersuchung und die Abgasuntersuchung für 99 Euro durchführen zu lassen. Und des Weiteren, um auf Nummer sicher zu gehen, für 109 Euro bei der Terminvereinbarung einen Vorabcheck mitzuerhalten. Aktion Klima heißt, es ist eine Kombination aus Klimadesinfektion und Klimaerwartung. Wie gesagt, in Kombination. Eigentlicher Preis 130 Euro, jetzt im Sommer zum Aktionspreis von 99 Euro. Alle Aktionen bei uns im Haus sind markenübergreifend, das heißt für die Marken Volkswagen, Audi, Nutzfahrzeuge, genauso wie alle anderen Hersteller. Und nicht zu vergessen unsere Karosserie- und Lackierabteilung, die für Sie kostengünstig und mit neuesten Verfahren kleine Dellen und Kratzer beseitigt. Testen Sie uns und natürlich geht auch dies für alle Modelle und Marken. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Team vom Autohaus Muldental. Untertitelung des ZDF für funk, 2017